Wann immer Wirtschaftsminister Robert Habeck über Zahlen spricht, liegt er falsch und blamiert sich. Und das gilt nicht nur für wirtschaftliche Zahlen, sondern inzwischen sogar für Rückennummern von unserer Fußball-Nationalmannschaft. Wir haben ein herrliches Video für Sie, deswegen schauen Sie dieses Video bis zum Ende. Sie werden lachen, abonnieren Sie Achtung Reichelt und teilen Sie das Video mit all den Menschen, die Sie kennen. Los geht's! Herzlich Willkommen bei Achtung Reichelt. Nichts an der Grünen Partei ist deutscher und dümmer als ihre penetrante Überzeugung, ständig die ganze Welt darüber belehren zu müssen, wie andere Menschen zu leben haben. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Für diesen selbstherrlichen, größenwahnsinnigen und gefährlichen Irrglauben, für diese nationalistische Selbstüberschätzung, Mithang zum Fanatismus, steht niemand mehr als die Grüne Partei. Das wichtigste Thema für die Grüne Partei ist vorgeblich der Klimawandel. Aber niemand auf der Welt nimmt Ihnen ab, dass es Ihnen wirklich ums Klima geht. Denn niemand, der sich aufrichtig ums Klima sorgt, würde jemals die saubersten Kraftwerke der Welt, die Atomkraftwerke, abschalten. Wer Atomkraftwerke abschaltet, kann keine Angst vor der Klimakatastrophe haben. Ganz einfach. Jeder Mensch auf der Welt versteht das. Es ist so offensichtlich, dass sogar ehemalige Grünwähler das verstanden haben. Deswegen sind sie bei der Europawahl in Scharen vor den grünen Glaubenskriegern geflüchtet. So mächtig die Grüne Partei mit ihrer Dauerpräsenz in den öffentlich-rechtlichen Propagandamedien noch erscheinen mag, wenn man über unsere Grenzen hinausblickt, dann sieht man, niemand auf der Welt nimmt diese Leute noch ernst. Arnold Schwarzenegger, der Terminator, ist einer der berühmtesten Männer der Welt. Als Schauspieler ist ihm gelungen, wovon Grüne nur träumen können. Mit der eigenen harten Arbeit, mit dem eigenen Talent und dem eigenen Fleiß ist er reich geworden. Als Gouverneur von Kalifornien war Arnold Schwarzenegger fast sowas wie ein Grüner. Im Sonnenstart setzte er auf Solarenergie. Sein Ziel war es, den CO2-Ausstoß dramatisch zu reduzieren. Dafür arbeitete er als Politiker. Aber für die grüne Politik hier in Deutschland, für die Ideologie von Robert Habeck, hat Arnold Schwarzenegger einfach gar kein Verständnis. Bei einer Wirtschaftstagung in Österreich rechnete der Terminator mit Robert Habecks Atomausstieg ab. In etwas mehr als nur zwei Minuten zerlegt Arnold Schwarzenegger den grünen Irrsinn. Ein Video, das man einfach gesehen haben muss. Und hier ist es. They closed the nuclear power plants that provide 6% of their clean energy. So you say this, wait a minute. How are they going to replace this clean energy? Well, they really don't know, but they know one thing. They have to keep the coal burning. And they are investing 16 billion euros right now to build four huge natural gas plants. So I hope that you get the story here. So they said no to clean energy, the 6%. And they said yes to fossil fuels, the coal and the natural gas. How does that make sense? When you have a goal to decrease your pollution by 65%. How can you tell your citizens that you are in an emergency that requires us to stop using fossil fuels as quickly as possible? But at the same time you make decisions that require more fossil fuels and that pollute the world even more. How does that make sense? Why should your citizens take your goals seriously if you, the leaders and the environmentalists, don't take them seriously? That's the question. Now we in California, we take them seriously. We have a nuclear power plant called the Diablo Canyon Nuclear Power Plant. It was supposed to close in 2024. But no. President Biden said, Wait a minute. Governor Newsom said, Wait a minute. This is giving us clean energy. Let's keep it open. Let's refurbish it, modernize it, spend a billion dollars to make sure that it's safe. Now they kept it open. For years to come. Because it's providing clean energy for California. 9% of clean energy. So why would we shut it down? See, that's being sane. Sie haben Nein zu sauberer Energie gesagt. Und sie haben Ja gesagt zu fossiler Energie. Zu Kohle und Gas. Wie kann man seinen Bürgern erzählen, man befinde sich in einer Notlage, wenn man gleichzeitig mehr Kohle und Gas verbrennt und die Welt noch mehr verschmutzt? Wie sollen die Bürger ihre Regierung noch ernst nehmen? Arnold Schwarzenegger nennt die Grüne Partei die Verschmutzer der Welt. Eine der berühmtesten Stimmen des Freien Westens sagt ganz offen, dass er Grüne Politik für irre hält. Aber auch, wenn man tausende Kilometer nach Osten fliegt, hat man für die einst respektvoll empfangene Bundesregierung nur noch Missachtung übrig. Robert Habeck reiste um die halbe Welt, um in China den Ministerpräsidenten Li Qiang zu treffen. Doch der ließ das Treffen kurzfristig platzen. Begründung, es habe terminlich einfach nicht gepasst. Übersetzt bedeutet das, den deutschen Wirtschaftsminister und Vizekanzler nehmen wir gar nicht mehr ernst. Warum könnte das wohl so passiert sein? Warum wollte der chinesische Ministerpräsident den Oberlehrer aus Deutschland nicht treffen? Die Antwort gibt Robert Habeck in seinem Social-Media-Reisetagebuch selbst. Sie lautet, weil niemand seine Zeit gern mit den Klugscheißern aus Deutschland verbringt. Schauen Sie. Gib mir eine Minute für den Tag in Peking. Er war geprägt durch eine offene und durchaus intensive Gesprächsatmosphäre. Die Argumente wurden deutlich und direkt und manchmal auch hart vorgetragen. Und das hat einen guten Gesprächsraum kreiert, denn wir müssen ja miteinander klar reden. Wir haben erstens über Energie- und Klimapolitik gesprochen. China baut die Erneuerbaren in großer Menge, in großer Geschwindigkeit aus, aber auch in großer Zahl Kohlekraftwerke. Ich glaube, man kann die Kohlekraftwerke reduzieren, wenn man das Netz ausbaut, wenn man die Flexibilitäten der Erneuerbaren klüger nutzt, wenn man sie kombiniert mit Energiespeichern. Darüber haben wir gesprochen. Da hat Deutschland ja einige Erfahrungen. Mal gucken, was in Zukunft an der Stelle geht. China produziert E-Autos in großer Stückzahl. Das sollen sie auch, das dürfen sie auch. Erst will Wirtschaftsminister Robert Habeck den Chinesen vorschreiben, wie viele Kohlekraftwerke sie in ihrem eigenen Land bauen sollen. Da haben wir in Deutschland einige Erfahrungen. Dann genehmigt er ihnen gönnerhaft, dass sie in ihrem eigenen Land Elektroautos bauen sollen und dürfen. Da werden sich die Chinesen sicher freuen, dass Robert Habeck ihnen gestattet, in ihrem eigenen Land Autos zu bauen. Man muss sich das einmal vorstellen. Der gescheiterte Wirtschaftsminister eines Landes mit 80 Millionen Einwohnern, null Wachstum, dem nahezu schmutzigsten Kohlestrom Europas und dramatisch hohen Energiepreisen, ein Wirtschaftsminister, vor dem Jahr für Jahr 100 Milliarden Euro Investitionen flüchten, der mit seiner Politik Deutschland geradezu im Alleingang deindustrialisiert, fliegt in ein Land mit 1,4 Milliarden Einwohnern und 5,2 Prozent Wachstum. Ein Land, das uns bei der Digitalisierung inzwischen um Jahrzehnte voraus ist, um die Menschen dann dort darüber zu belehren, wie sie die Energiesicherheit ihres riesigen Reiches gestalten sollten und welche Autos sie bauen dürfen. Wundert sich da noch irgendwer, dass man uns auslacht? China ist eine Diktatur, aber gleichzeitig ein wirtschaftliches Megareich der digitalen Innovation, der Bildung, der Großbauwerke. Was in Deutschland inzwischen Jahrzehnte dauert, Brücken, Bahnhöfe, Flughäfen, entsteht in China oft innerhalb von Monaten. Chinas schnellster Zug fährt 431 kmh, bei uns fährt der Zug meistens gar nicht und hier sehen Sie im Gegensatz dazu zu China einen Tweet der Deutschen Botschaft in Washington. Dort steht tatsächlich Übersetzt bedeutet das Es tut uns wirklich leid, dass unsere Züge zu spät kommen, aber wir liefern eine gute Party. Die Deutsche Botschaft in Washington, unsere Repräsentanz in der wichtigsten Hauptstadt der Welt, macht sich nur noch darüber lustig, dass in Deutschland die Züge nicht pünktlich kommen. Wir haben uns abgefunden mit unserem Versagen. Nichts funktioniert, aber immerhin wird viel getanzt. Das ist eigentlich das Selbstbild der dritten Welt. Das aber ist nun ganz offiziell Deutschland. Chinesische Kinder kennen das Wort Funkloch nicht, weil es in der chinesischen Sprache schlicht nicht mehr existiert. In jedem Zug, in jedem Tunnel hat man vollen Handyempfang. Zu den verpflichtenden Bauvorgaben bei jedem Hochhaus gehört, dass man in jedem Fahrstuhl problemlos telefonieren kann. Hallo? 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 Kennen die Chinesen nicht? Die meisten Menschen in Deutschland machen sich keine Vorstellung davon, wie weit wir inzwischen hinter die Dynamik Chinas zurückgefallen sind. Wir sehen es bei der Europameisterschaft hier im eigenen Land. Chinesische Firmen dominieren die Werbebanden. Auf allen Fanmeilen in Deutschland kann man mit der chinesischen App Alipay bezahlen. Die deutsche Bezahl-App GiroPay, vermutlich haben Sie davon noch nie gehört, wird 2024 eingestellt, weil niemand sie benutzt. Der offizielle Automobilpartner der UEFA ist hier in Deutschland nicht etwa Mercedes oder Volkswagen, sondern der chinesische E-Auto-Konzern BYD. BYD beschäftigt über, Achtung, 90.000 Ingenieure. 90.000 Ingenieure. 5.000 Ingenieure allein für das Thema Batterietechnologie. Und dann kommt der deutsche Abwirtschaftsminister Robert Habeck und wie er kommt, sagt alles über deutschen Größenwahn und deutsche Realität. Im Flugzeug nach China wollte Robert Habeck mit seiner Delegation und den mitreisenden Journalisten das EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn gucken. Hier sehen Sie das Foto. Die Besprechungskabine an Bord des Luftwaffen-Airbus war mit schwarz-rot-Goldwimpeln festlich geschmückt. Habeck selbst erschien im Trikot mit der Nummer 10. Er sieht sich als Spielmacher unseres Landes. Doch dann geschah, was inzwischen symbolisch ist für den Zustand unseres Landes. Die Technik versagte. So beschreiben die Kollegen von RTL das Fußball-Debakel über den Wolken. Und ich zitiere. Die Technik machte Habeck und seiner Delegation einen Strich durch die Rechnung. Die schlechte Internetverbindung sorgte anfangs nur für einen ruckeligen Livestream. Noch vor der 30. Minute war dann ganz Schluss. Schwarzbild statt EM-Spektakel. Als der Stream abbrach, versuchte man zuerst, ihn wieder zum Laufen zu bekommen. Doch alle Versuche halfen nichts. Der Bildschirm blieb schwarz. Das sind übrigens die Flugzeuge der Bundeswehr, in denen unsere Regierung in der Lage sein sollte, bei zum Beispiel einem schweren Terroranschlag wie am 11. September bei einer dramatischen Bedrohung am Boden aus der Luft zu regieren. Aber man kann dort nicht einmal Fußball gucken. Glaubt irgendwer wirklich, dass in einem chinesischen Regierungsflugzeug das Internet ausfallen würde, wenn der stellvertretende Regierungschef die wichtigsten Wirtschaftsführer Chinas unterhalten will? Nein. Natürlich würde es das nicht. Die Anekdote aus dem Flugzeug passt auch deswegen so gut, weil unser Wirtschaftsminister Robert Habeck selbst beim Fußball seine vollkommene Ahnungslosigkeit beweist, die er allerdings voller Inbrunst vorträgt. Hier ist der Bundeswirtschaftsminister. Sondern die Mehrheit und das Vorangehen quasi aus der zweiten Reihe organisiert. Also Rücken Nummer 10, Toni Kroos. Ja, hängende Spitze und dann nach vorne spielen. Rücken Nummer 10, Toni Kroos. Der übrigens Toni Kroos heißt. Und Toni Kroos hat nicht die Nummer 10, sondern die Nummer 8. Bei Robert Habeck kann man sich drauf verlassen. Wann immer er Zahlen nennt, dann liegt er falsch. In Amerika lacht man über den deutschen Wirtschaftsminister. In China bekommt er nicht bei mehr einen Termin. Die größten Wirtschaftsmächte der Welt haben für Deutschland nur noch eine Botschaft. Und sie lautet, hasta la vista, Baby. Zum Abschluss, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, eine gute Nachricht und eine große Bitte. Wir bei News haben ein neues Morgen-Nachrichten-Programm für Sie geschaffen. Es heißt News Live und es ist, Achtung, bei Spotify inzwischen auf Platz 1. Wir haben es geschafft. Platz 1 der Nachrichten-Charts. Eine großartige Nachricht und genau da soll News Live auch bleiben. Deswegen, wenn Sie morgens die Nachrichten hören wollen, schauen Sie nicht das Frühstücksfernsehen, schauen Sie nicht das Morgenmagazin, hören Sie nicht den Deutschlandfunk, sondern gehen Sie auf Spotify und hören Sie die Nachrichten, die wirklich wichtig sind für Sie, die das Land wirklich bewegen. Bei News Live auf Spotify und sorgen Sie dafür, dass wir weiter vor der Tagesschau stehen. Vielen, vielen Dank. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Propaganda und Heucheleien der Politik. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu teilen und vor allem entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind oder woran Sie glauben und haben Sie keine Angst. Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung. Deshalb glaube ich es nicht, das war Achtung. Das war Achtung. Ich habe Achtung. Ich habe Achtung. Untertitelung des ZDF, 2020